Jo, was geht ab? Und willkommen zu einem weiteren Part von Mario Kart 8, Willwix. Heute machen wir den Stern Cup. Und ja. Sönnet muss haben. Ja, Sönnet. Hier haben wir den Stern Cup. Okay. Erst mal ... ... mal rot ein bisschen. Nein. Das meine ich, das meine ich. Im ersten Part hab ich euch ja erzählt, dass wenn die Pusche kommt und ihr euch dann ganz schön in den Knie bestürzt, dass sie dann schnell wieder regeneriert. Das hab ich ja jetzt gerade gemacht. Das hat funktioniert. Wird ihr die Puste? Wie fehlt denn das? Ich find eigentlich fast jede Pusche cool, außer Röhrenrassen rein. Ja. Und ... Ja. 1, 2, 3, 3, die eigentliche Röhren. Krass. Ja, jetzt geht's mal. Ok. Okay, easy, Leute. Erste Platz. Next, Hannah. Der Finlagun. Der Finlagun. Der Finlagun. Erste Platz. Erste Platz. Der Finlagun. Ich habe nie vermerkt, dass die Musik verändert, wenn man aus dem Wasser wieder nachfallen kann. Wann verliert man die Items, wenn eine Brüche bekommt? Keine Ahnung. Was? Ich habe die Banane gar nicht gesehen. Komm, egal, egal. Na, was? Als ob wir jetzt für kurzzeit die Zeit gemacht haben. Jetzt will ich mir jetzt zurück an. Ich habe die Banane. Vielleicht kommt mir das Wollen. In der Lappstechung. Aber alles gut. Letzte Runde. Ich habe die Banane gesehen. Ich habe die Banane nicht geworfen. 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 Die die O-Maschafel, der Bibo, seid ihr weg, aber trotzdem zuerst. Okay, dann ist alles gut. Nächstes Rannan. Disco-Drom. Ich kann das kennen. Ich weiß, dass ich ein Bier bin, aber ich bin flink dran. Und btw, der Rosener Weg ist ein Paar, ich glaub, Bezauberung einer, die Brunnerlötigstmehrleitung da. Aber du nehmst dann Rosener Weg. Ja, ich hab dir jetzt mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Was? Ich hab's... Ich hab keine Eifung geworfen für. Oh, natürlich. Ich hab's... Los? Gift? Ist das 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 Gift oder das? Oder was? Ist das eh weil auch so Gift? Ich hab's gegenseitig... Ja, ich hab's gegenseitig... Ich hab's gegenseitig... Ja, ich hab's gegenseitig... Okay! erster und das nicht dran war nur abfahrt Und ich muss sagen, dass diese Strecke gehört, glaube ich, zu meinen Top 3, meine Top 3. Weil ich finde sie richtig nice und das Feeling ist einfach echt gut. Das Einzige, das auch richtig ist, dass man ziemlich rutscht. Aber ich werde auf die Tür. Ja, genau. Und ich bin hier auf die Höhle. Was? 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 Oh mein Gott, das ist so cool, das ist so cool, das ist so cool. Und das Coole an dieser Piste, finde ich, ist, dass es nicht 3 hoch, also es sind und fährt nicht dreimal die gleiche Strecke, sondern es fährt den Ganzen bergab und fährt durch. Es ist halt einfach abwechslungsreicher. Nein, 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 nein. Nein. Wenn ich jetzt noch Zweiter werde, oder Lachspiel, dann kommt der Lachspiel. Aber ich glaube, ich schaffe das. Ich halte hier, ich schaffe das. Ja, gut. Nice. Erster Platz. Oh, das, äh, stimmt, das war's, das war's, das, das war's, ja, stimmt. Okay. Welchen Platz haben wir erreicht? Haben wir die, haben wir die drei Steine gekauft? Ja, okay, es war's, das war's. Nein, ich hab's ja, ich hab's ja, das ganze Video gesehen und, ja. Okay, ich würd sagen, wenn's euch gefallen, dann lass den Leiter und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.